Was geht YouTube? Herzlich Willkommen, heute darf ich anfangen und zwar haben wir heute ein Geburtstagskind, welches wir überraschen möchten, wird sich sicherlich ganz sehr freuen und ich würde sagen, wir reden gar nicht viel rum und sagen, let's go! Oh, scheiße! Okay, er guckt, er guckt, er guckt! Happy Birthday! Do you? Help me! Wow, wie süß! Dankeschön! Schaff ich das? Warte, warte! Ah, hey! Jetzt darfst du! Die Schiegelung! Oh, ihr seid ja süß! Danke! Das ist überhaupt nicht. Hi ihr zwei! Hi! Was geht? Youtube. Das sehen wir schon wieder online oder was? Ja sicher. Ja guck mal, Mama hat schon aber die... Hey! Ziem schnell. Willst du eine? Ich hab gerade ein Dürer gezentfert. Ja und? Ach ja. Ihr seid ja lustig ey. Ja, Entschuldigung, ich dachte ich darf jetzt einen Kuchen essen. Nein, jetzt wird ein Video gedreht. Das ist die Arbeit. Also, ja, mega riesen Wohlstand des Todes. Weltpremiere Jensila. Ich hoffe halt wirklich, dass hier nachher so ein weinendes asiatisches Kind so wegrennt. War zu rassistisch für Youtube, gell? Egal, lass doch. Neues Mama. Falschter Burnout. Was es ist? Sieht man? Fotografisch glaub ich ganz gut, der das gemacht hat. Echt? Ja ansonsten, wir sind mitten im Aufbau. Wir haben zwei Trinken und, äh, komm ich zeig euch noch was. V12 Studios mit dabei. Immer Kaffee darf nicht fehlen. Äh, Jessie haben wir aufgehängt, weil sie heute leider nicht dabei sein kann. Die wollte eigentlich bei uns arbeiten, aber aus Gründen. Bist du nicht dabei? Können wir mal testen, ob das geht? Testen wir mal. Komm. Dann müssen wir mal hier rüber. Achso. Sami, sag doch mal ganz kurz den Jungs und Mädchen, was wir hier haben. Ja, und zwar haben wir hier einen Motor aus einer Mercedes S-Klasse, aus dem S600 W220, wer es genau wissen will. Und, äh, wir haben das Ganze hier so präpariert, dass wir das ein bisschen laufen lassen, damit es bei uns nicht nur was zum Trinken gibt, sondern auch was auf die Ohren. Ah. Und, ähm, ja, testen wir mal, oder? Ein paar von euch kennen das Ding ja schon von Essen von der Motor Show, ähm, aber wir haben, äh, neues Karsala Mix-Up auf, egal, hört es euch an. Es knallt ein bisschen mehr. Auf die Börse, werde ich los. Das müssen wir gleich ein bisschen warten auch für erstmal. Ja, das reicht. Äh, ja, bevor die Messeleitung wieder kommt. Äh, nur so das kleiner Vorgeschmack, da gibt es dann noch ein bisschen mehr auf die Ohren, die Tage. Ja, hier unsere Banner. Kennen wir ja. Raumer Block ist mit am Start. Die kommen allerdings erst morgen. Und die Blinkerflüssigkeit und Knackpatronen, alles am Start. Wie gewohnt. Boden haben wir wieder den Performancefloor. Jetzt im Moment grad, ähm, warten wir auf den Gabelstapler. Weil wir haben ja spontan, äh, darf ich euch das überhaupt schon zeigen? Ja. Na, wollt ihr das sehen? Ja? Ja. Spannung steigt. Ja. Ja. Sollen wir hinfahren? Ja. Sollen wir hinfahren? Sollen wir hinfahren? Ja. Sollen wir hinfahren? Wir haben spontan, ja, den Platz gekriegt für den Masse Ferguson und, äh, wir haben ein bisschen größeren Platz gekriegt für den Masse Ferguson, was ja schön ist. Aber dass es nicht ganz so leer aussieht, auf der Messe haben wir uns entschieden, wir packen einfach die komplette, äh, Werkstatt mit rein. Und das wie? Ah. Okay. Unser 410er, bekannt, oder? Aus Film und Fernsehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben einfach den kompletten Werkstattwagen mitgenommen, um Sauerländer. Ey, da wiegt ja zum Glück nichts, gell? Nein, nein, nein. Jetzt ist ja. Was? Kann ich runter? Vorsicht, äh. Mit dem seid ihr bis nach Salzburg gefahren. Was? Völlig spannend. Das war super. Ich fand's auch cool. Es wird so lustig. Ihr habt irgendwie den besten Platz der Welt gesehen, wo man einen Traktor hinstellen kann. Direkt in der Eingangshalle, oder? Jetzt verrat doch nicht alles mit dir. Das weiß ich doch nicht. Das war eine grobe Schätzung. Das wird jetzt rausgekattet. Foxy Foxy. Foxy. — Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020